Und die Leute, die nimmt das Wort auf ihre Karte, auf die leichte Kappe, die sagen, die wussten so schlimm an der Musik. Der Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, la yakunanna fī hādihil umma khasfun, wakathfun, wameschun, wathādika ila scherimul khumur, wattachad bil qaināt, wadarabu bil ma'āzif. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, es wird in dieser Umma ein Erdrutsch geben. Die Erde wird aufgehen und die Leute werden verschlungen werden in der Erde. Und es wird ein Steinregen geben und es wird eine Verwandlung von Menschen geben in Affen und anderen hästlichen Dingen. Dieses als Antwort, weil sie den Alkohol trinken und weil sie Sängerin zuhören und mit den Musikinstrumenten spielen. Er sagt, ihr, was ist so schlimm an Musik? Das ist eine Masche von Shai'ban, wie er die Leute vom Gedenken an Allahs wegbringt. Siehst du nicht die Leute, wie berauscht sie sind, wenn sie Musik hören? Einmal kam ich raus aus meiner Wohnung, es war dunkel und ich sah nur eine Person, der macht so, vor der Wohnung. Ich dachte, Jim, aber ich wollte es nicht. Jim, du kannst keine Jim sehen. Sagst du, was ist das? Der hat Musik gehört. Dropek, Bipek, ich weiß nicht, wie viel war es. Aber also bin der, Chata, die sind weg, weg. Das merkt ihr auch an ihre Zeichen zu bringen. Ja, okay, online Anwalt ist ein Mensch. Mach dich nicht sicher. Also befall mich. Danke. Danke. ñoziner.